Silvester-Vlog Keine Ahnung, ich stehe auch nicht so auf diesen ganzen Feuerwerkskram, stand ich noch nie, also man muss raus in die Kälte und da stehen und sich das angucken und nee, ich weiß nicht, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich weiß, es gab auch schon Jahre, wo ich 12 Uhr einfach verschlafen habe, wo wir nichts Großartiges gemacht haben und wo ich dann einfach so müde war, dass ich gesagt habe, egal, ich gehe jetzt ins Bett und dann wirklich Silvester verschlafen habe. Ich mag da auch nicht irgendwie großartig auf so Riesenpartys gehen oder so. Am liebsten feiere ich das eigentlich zu Hause mit Freunden, mit Tischfeuerwerk und Knallbonbons und Bleigießen, einfach so dieses ganz traditionelle. Ich weiß, viele machen auch Fondue zu Silvester. Das wäre auch mal wieder eine gute Idee. Also ich mag es da eher gemütlicher, wenn man das schon halt unbedingt feiern muss. Ich frage mich, wer auf diese Idee gekommen ist. Es ist für mich einfach ein Tag wie jeder normale andere auch, außer dass halt am nächsten Tag das neue Jahr beginnt. Naja, nun mein Gott. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass sie eigentlich nicht so große Silvester-Fans sind. Natürlich stehen die Männer und Jungs auf das Rumgeknalle. Das war halt auch noch nie so meins. Und ja, schreibt mir doch mal, ob es euch ähnlich geht. Vielleicht können wir eine Revolution starten und Silvester abschaffen, weil es ist einfach so ein unnötiges Fest. Keine Ahnung. Und ja, dieses Jahr feiern wir auch wieder ganz gemütlich mit Freunden, mit Musik, mit gutem Essen, mit Tischfeuerwerk und Knallbonbons. Die muss ich unbedingt in den nächsten Tagen noch schnell besorgen, weil natürlich drehe ich dieses Video vor Silvester ab. Und die muss ich noch schnell besorgen, fällt mir ein. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Lasst euch nicht von irgendwelchen Feuerwerkskörpern abknallen. Feiert einfach gemütlich, nicht zu wild. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder mit neuen Videos. Ich habe schon ganz, ganz viele tolle neue Ideen. Falls ihr irgendwas Bestimmtes mal von mir sehen wollt, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich das mal abdrehen. Vielleicht kennt ihr irgendeinen guten Tag oder so, den ich mal machen kann. Und dann rutscht gut und wir sehen uns im nächsten Jahr dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020